Ups, was war das denn eben? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim nächsten Fry Vlog Nummer... Hab ich vergessen. Ähm, Nummer... Scheiße, hab ich echt vergessen. What the fuck? Äh, letzte Fry Vlog sind wir ja wieder mal zu Burger King gerannt. Das ist der achte Fry Vlog schon. Diesmal auch am Freitag. Ähm, letztes Mal sind wir ja... Oh, äh, zu Burger King gerannt. Und, ähm, boah, wir werden so fett, ich schwör's euch. Oh, die Zwiebelringe sind geiler. Ähm, und heute... Joa, was machen wir denn heute? Ich wollte eigentlich noch eine Runde GTA V aufnehmen. Einfach tun. Und, ähm, muss man auch noch gleich mal... Äh, was ist das denn jetzt? Äh, muss ich wieder... Sorry, nä. Ist ja wieder geil. Egal. Was ist denn jetzt für den Xbox Live getrennt? Ach, geil. Xbox hat wieder... Spack wieder. Sehr schön. Äh, Michael Höch, aka Luca Dora. Ähm... Joa, der hat Rohrverstopfung, ne? Und, ähm... Wollte man einfach mal gesagt haben, ne? Ähm... Was gibt's zu sagen? Was gibt's zu sagen? Es gibt eigentlich nichts zu sagen. Es geht wie gewohnt weiter. Wir haben hier, ähm, letzte Woche ja mal mit... Äh, Luca Dora... Äh, haben wir ja letzte Woche mal hier, ähm... Okay. Im Hintergrund geht gerade GTA los, nicht wundern. Ähm, letzte Woche haben wir hier ja mal GTA V aufgenommen. Zusammen. War eigentlich ganz lustig. Ähm, möchte ich eigentlich auch nochmal machen. Muss ich nochmal gucken, wann ich das so hinkriege. Dass wir da nochmal uns zusammensetzen und nochmal aufnehmen. Ähm... Joa, das kriegen wir aber denke ich mal irgendwann nochmal hin, weil ich fand das ganz lustig, auch mal so... Like, Gronkh und Sarah Zah mal was zusammen zu machen. Äh... Ich hab ja sonst... Keine Freude, nur im Internet, weißt du, das ist so sch... Sehr schön, hab mir WhatsApp dazwischen gefunkt. Wie geil. Kann ich gleich nochmal aufnehmen. Okay. Ähm... Was wollte ich noch sagen? Achso, ich hab mein Zimmer ein bisschen umgeräumt. Sieht man vielleicht? Äh, da vorne stand dann im Prinzip vorher der Schreibtisch und... Da ist ein Fenster und... Da ist ein Bett und da stehen jetzt ein paar Kartons, die ich... Hm, da weiß ich noch nicht, wo ich die hinstellen soll demnächst. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das ist ein Mikrofon jetzt. Also ich hab das hier alles ein bisschen umgeräumt. Äh, da steht jetzt hier so alles. Da steht ein Papierkorb. Hier steht jetzt mein PC drunter. Könnte ich hier halt mal... Oder unten steht auch die Xbox jetzt unterm Bett. Und hier steht der PC soweit. Joa, ist alles ganz siefig. Ähm... Hier steht ein T. Oh, wir sind im... Oh, wir sind im Puff. Warte mal, ich kann ja grad mal, ähm... Vielleicht so ein bisschen, ähm... Warte, das ist grad... Ähm... Video-ception. Ein Video im Video. Ähm... Ja. Herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5. Und heute sind wir im Strip-Club. Und oh, guck mal hier an, ey. Let's dance. Oh, yeah. Äh, heute sind wir im Strip-Club. Äh, wie gesagt, GTA 5. Nehme ich dann gleich auf. Schauen wir mal. Ähm, ja. Ich labere eigentlich schon wieder viel zu viel, weil ich würde ja beim Fri-Vlog eigentlich immer nur sowas zwischendurch sagen, weil es aber eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Labere ich eigentlich immer nur irgendwelche Scheiße. Der nächste Fri-Vlog kommt vielleicht mal aus Karlsruhe. Äh, hab ich grad so entschieden. Weil ich bin da nächsten Freitag mal. Und, ähm... Ja, da mach ich vielleicht nächste Woche... Nächsten Freitag mal einen Fri-Vlog aus Karlsruhe. Ähm... Müssen wir mal schauen. Ja, was sag ich? Zum Ende. Ich kann nicht immer How to Rhyme fällt mir denn eine Einsage, weil das ist echt geklaut und irgendwann kommt das echt schräg rüber. Also, ich sag jetzt einfach mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und, äh, ciao.